herzlichen willkommen zurück zur sehr liebe 6 mit dabei ist wieder und da oben ist eine marke können wir ein bisschen ran hier wackelt zwar alles so jetzt werde ich mal maschinengewehr auswählen so gibt es hier noch eine vase mit warte mal ich mal granaten aufnehmen muss ich die auch gleich mal laden nein chris laden wieso macht das nicht habe ich gesehen so die immer auch für was besonderes auf die plätze habe ich habe plus ein platz da macht sich das blöd so wollen wir erst mal hier kuchen essen oder käse das ist auf dem teller guck mal rote keine ahnung sieht aus wie genau zerlaufener käse grünes kann ich mitnehmen kann hier auch gleich verwerten oder kann ich nicht okay na bloß gut dass das auf wasser stand das war's und jetzt zu eda verstanden kein naja hier muss ich kenne ich was ihr braucht heute mit diesem wort es wird die Wissin Riechsee Rekker, Granato Gut, das geht auch Das geht auch, ja Die lebt noch, da lebt der noch Da müssen wir hin Jetzt riecht du nicht mehr, dann habe ich keinen Kopf mehr Das kann das ja mit dem, äh, Hausambulieren und Hallo Ah, müssen wir da auch wieder, äh, durch diese Schranken, na Das nervt langsam Ja, ich hasse Ada Also, die falsche Ada Nur wenn sie gegen uns ist, was siehst du? Wurde hier der C-Virus entwickelt? Das aussieht Ada Ich werde dich kriegen Alpha Team an HQ, bitte komm, wir verfolgen Ada Wong Wie du mich gerade, wie du mich gerade angeguckt hast Weil du meinen Hass gesehen hast Wir sind hier nicht allein Schütze kennen Sie, ist nicht allein Eigentlich schon Gefallen mir nicht Ah, ich weiß, was er war Lachen Sie ruhig, Ada Es wird Ihnen vergehen Ha, ich dachte, warte mal Hier ist eine Kiste mit 2.000 Punkten noch Und noch eine Kiste mit 2.000 Punkten Und wer ist der Bespekt Oh, nicht diesen Raum hasse Was zur Hölle ist das? Wer weiß, was das Miststück geplant hat Wer weiß, was das Miststück geplant hat Wir sind gefangen Da muss man auch wissen Da drüben steht Da drüben stand leeren, dass sie sehen Ja Eine Nebenraum Ja Ja Ich mach mal die, dann hier auf Das ist hier Ihre faulen Tricks werden uns nicht aufhalten Ja, pass auf Halten Sie die Bieste fern von mir Captain Ich öffne das Schloss Sicherheitsverstoß In Raum 1 Alter, du bist gut hier Sicherheitsverstoß In Raum 1 Aua 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 Sicherheitsverstoß In Raum 0 Aua 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 Ach mein Gott Ich kann das irgendwie nicht Ich bin eigentlich nicht richtig Aber macht doch nichts Wuss Ja, die haben so... Ich komm nicht lang, ich muss nicht lang. Woher waren die schneller? Jetzt hat's fast gehabt, der Feridu. Mhm. Also scheiße, mit den Dinger. ja ja ich zeige dir gleich was Spaß macht bähäähäähä hab ich noch einmal gesehen bleiben Sie dran aber ja aber ja da ist sie halten Sie sie auf ich hab sie so Schluss jetzt ja 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 der Terroristen Ein Wunsch. Du wirst das Richtige tun. Ein Wunsch. 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 Das ist ein Wunsch. Ich bin der beste Fahrer in der WSAA. So sieht der aus, der beste Fahrer. Dann geht's ja. Ja. Wir machen das nicht an WSAA. Wir machen das nicht an WSAA. Ja. Das ist kaputt vorne. Oh ja, passt. Danke. Das werden wir. Schützen Sie nur die Zivilisten. Verstanden. Oh ja, passt. Danke. Was wird denn hier für Strecken? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Nee. Ich weiß nicht. Abkürzung. Abkürzung. Ja. 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 Jagdum. Ja. jeder aber uns verliehen ist neben sie die Waffe und bei ich nehme eine Abkürzung Aua tut ja weh na also sie wird nicht wieder davon kommen du musst doch denken sie werden uns nicht los R1 ach so scheiße 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 Und der wäre weg Ja Kugii Oh Jetzt kann man ja nicht mal so viel Sinn machen Ja Na also Na also Na also Na also Na also